Jo moin Leute, herzlich willkommen zu den Predictions zum Grundpreis von den Niederlanden in Zandvoort mit dem Rennen der Pumme in Saison 2024 los geht's heute um 15 Uhr live auf SkySport F1 und im F1 TV das wir gehen von 8 bis 1 dann wird's spannender auf der 8. Position kommt ins Ziel Cerdo Perez davor auf 7 Lennonore Interakte wird Magnussen auf 6 Fünfter wird Charles Nickler Vierter kommt ins Ziel der Deutsche Nico Hültenberg Davor kommt ins Ziel auf 3 Louis Hamilton auf 4 kommt ins Ziel Fernando Alonso und erster und somit den Grundpreis der Niederlande in Zandvoort Saison 2024 hat gewonnen der Lokalmatador Max Verstappen herzlichen Glückwunsch So das war's vom großen Kreis der Niederlande in Zandvoort der Fumme 1 Saison 2024 November das ihr dir gefallen habt lasst uns dann nach oben da ihr gibt kein Abo dann ist das Glöckchen das nicht vergessen sagt die Wim dann verpasst ihr keine Abonnereitung auf den Channel bis dann Good Wait Ciao Ciao Ciao